Ein besuchender Mann, der jetzt nach der Kommissarie, nach der Palästädtion, und wer mit dem Doof redet, was Weihnachten in den Häusern gebrochen wird. Diesmal, der Besuchende Geht, mit dem Polizierschef redet und sagt, ich muss unbedingt mit dem Mann reden, was gestern in meinem Häusern gebrochen ist. Dann fragt die Polizierschef dann, was willst du mit dem reden? Ich will dir bloß an die Frau stellen. Na, was willst du dem für eine Frau stellen? Na, ich muss wissen, wer hat das Doof, das Mann, da angekriegt, in meinen Häusern zu kommen, ohne dass meine Früder da ist, angewandt. Da ist bloß da, was ich wollte, das ist alles, was ich wollte. Also, das Stille, das war nicht das Wichtigste, was. Sondern bloß, das Mensch hat das Häusern gekriegt, am Häusern zu kommen, und seine Frau wird in den Häusern geworden. Und dort muss ich ein, zwei Häusern bekommen, dort muss ich ein, zwei Häusern bekommen, dass ich eine Lehre, ein, zwei Häusern zu kommen, und dort meine Frau nicht in den Häusern geworden. Mit anderen wird, das Mann, der will seine Sache geheimdähen, dass meine Frau meine Häusern beschuldigen. Manche Männer und früher spielen die ganze Zeit mit den Müssen. Einer versteht sich, einer versteht sich, einer versteht sich, ohne den Häusern oder was auch immer. Aber wie kann ich dort denken, dass ich am Netzwerk, am Internet, oder am Telefon, oder an der Bank, oder so, wie kann ich die Sache verstehe, dass mein Partner nicht antworten? Wie kann ich dort Sachen verstehe, dass ich meine Leute nicht antworten? Wie kann ich dort denken, dass die Gesellschaft nicht antworten? Und wie kann ich dort denken, dass Gott dort nicht antworten? Naja, der Frau hilft dort nicht, wenn es Gott wird dort antworten. Wie kann ich dort früh nicht antworten, dem Mann dort nicht antworten, weil ich habe Menschen, die brauchen sehr viel Energie dafür, so nicht die Sache zu verstehen. Eines für, dass ich nicht in den Kameras konzern, dass die Menschen mich nicht so nicht antworten, ich habe dort nichts antworten. Das habe ich noch einmal gesagt, weil das ist in China angewandt, weil die wissen, was da hingehen wird. Die Bibel sagt uns, in Matthäus Kapitel 22, Vers 37, du sollst in der nächsten Läufe, das ist die selbst. In der nächsten Läufe, das ist die selbst. Wie kannst du die Läufe? Magst du, dass dein Partner so läuft, dass du versuchst, dass du eine Sache in der Hand oder in der Hand gehst, wo die hingehen? Magst du das? Möchtest du sagen, nein, das mag ich nicht. Okay, wenn du das mit deinem Läufe, sollst du das machen, dass du die Läufe dann. Die nächsten Läufe, so ist die selbst. Das soll ich einmal vom nächsten zu verlangen, das soll ganz teilsächtig sein, über ein, weil anders lebe. Manche Menschen, die denken nicht daran, meine Kamera, die ist von Buben, also Gott sieht alles. Meine Kamera ist, was die Saalschaft nicht sieht, okay, dort soll ich schulden. Wann die antworten, ah, ich habe nicht gesagt, ich werde nicht mehr die Sache ändern. So ist das Mann, will am Hüssen entkommen, ohne dass er früh dort anwärt, so sind es, so manche Menschen, die möchte dort endlich im Himmel entkommen, ohne dass ein anderer dort anwärt. Die möchte den Partner hinweg, ohne dass er nicht anwärt, weil er hoffentlich dort nicht anwärt. Wir können das vielleicht kurz vor dem Däut, kann ich dem das noch sagen, wenn ihr so, auf und so ein, auf und so ein, wenn ihr sagt, meine Magnitie, müsst ihr euch die Läufe noch eine Chance haben. Aber euer, wo euch die Sache nicht klar beredet. Das ist ja für Menschen, die haben halbe Sache mit den Finanzen, halbe Sache mit den Wahrheiten. Halbe Sache mit der Sexualität, halbe Sache mit falscher Handelshand im Leben. Und eins von Glauben wurde immer durchgekommen. Gott macht, dass wir transparent sein, den Nächsten so behandeln, wie man behandelt sein kann. Töner will mit jemandem verhandeln, der dem eins von der letzten ja gönnendet. Und wenn wir doch nicht wählen, soll wie dem Nächsten auch nicht. Na, er hat die halbe Wahrheit präsentiert. Töner möchte die halbe Wahrheit kriegen, so macht wir den Nächsten so leufe, aus wie man geläuft war. Mocht Gott die Wiedersehen, eine Oase der Leube, untergegeben, an der Form so transparent sein, dass der Nächste sich durch die Läufe kommen würde. Und da braucht man wie immer Gottes Führung. Man braucht wie immer lieber Gott, halt mich, denn du bist das Licht. Und wenn du das Licht, das ich mir schien, dann kann ich aufsahnen. Und dann kann ich für die Kamera sein, und für die Ohren sind die Kamera, damit ich nicht die Sachen verstehe. Und wenn die Sachen sind, einfach sei, Jesus, der schmied dich ab, die, ich kann vom Fraschen anfangen, und ich brauche nicht in der Kommissarie, in der PZ-Stazion, eine Daufe, um Rotfrau, wie kann ich die Sache in der Dallamme Heimdestein. und ich brauche nicht